um diesen pokal geht es im großformat galakon.tv unterwegs mit dem filmpark after show moments public viewing zum spießgeselle nürnberg rathaus hofplatz ich bin ein guter spieler und bin und bin mannschaftsbeil mit dem spieler nicht der drang ist derzeit aber der anstehende klassiker den ehemann der englische presse spiel für spiel mit dem spiel und in den seriösen teilen zitiert man an den reglierten in der reglierten fußball ist in deutschland als europäische spiel und abschließend gibt der fußgradiert noch die motivationswotschaft zu festen deutschlandspieler sind von sich überzeugt die nächste woche wolle erzlige victoria bis rufen und damit wäre der einzelnen und in den nächsten 46 und wahrscheinlich weiterhin eine ganze menge beschrieben vor allen dingen übers elfmeterschießen deutschlands erfolgsquote bei fußball weltmeisterschaften beträgt 97 prozent und deshalb trainieren die seit fünf wochen in jedem sie